Einmal komplett eintauchen in die faszinierende Welt der rhythmischen Klänge. Im Rahmen des Projekts Kulturagenten für kreative Schulen haben sich zahlreiche Schüler genau diesem Thema gewidmet, dem Klang. Die Grundschüler aus Göppingen-Holzheim haben sich in den letzten drei Wochen intensiv mit den sogenannten Klangfeldern beschäftigt. Einem Klangprojekt unter Anleitung der Profimusiker Uwe Kühner und Bernd Zettelmeier. Zum feierlichen Abschluss des Projekts haben die Schüler der Klassen 2a, 2b, 3a und 3b am Montag eine kleine Aufführung für die gesamte Schulfamilie zum Besten gegeben. Und natürlich war es wieder der Klang in seinen unendlichen Facetten, der im Mittelpunkt stand. Es wurde getrommelt, geschlagen und geklatscht. Rhythmus, Takt, Klänge und Choreografien als beherrschendes Thema. Die Schüler haben viel gelernt und wissen das Gelernte auch meisterlich umzusetzen. Vielleicht werden einige von ihnen später selbst einen Weg in Richtung Musikkarriere einschlagen. Talent ist jedenfalls vorhanden.